Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Gestern gab es ja den wichtigen Erfolg gegen Hannover 96, auch deswegen ist meine Stimme gerade noch ein bisschen angeschlagen. Ich denke mal, das geht aber auch vielen so, die gestern vor Ort waren oder vielleicht auch vor dem Fernseher ordentlich vom Gefühl her mit dabei gewesen sind. Und trotzdem gibt es natürlich nun einen Tag danach einiges zu besprechen. Wir blicken nochmal ganz genau auf diese 90 Minuten, was hat dort auch Karel Gerrads verändert bezüglich der Abwehr, warum hat es dort möglicherweise auch nun besser funktioniert. Ansonsten gab es ja vor allem auch Lob für Lino Tempelmann und Derby John Merkin, es gab aber auch durchaus Kritik beispielsweise an Henning Matriciani und auch dazu hat sich Karel Gerrads nochmal geäußert. Und dann gab es ja noch diese kritische Elfmeterentscheidung, die zwar am Ende nicht ganz so wichtig war, was das Spielergebnis angeht, aber natürlich trotzdem diskutiert werden sollte. Und auch darauf blicken wir hier und heute nochmal bei den aktuellen S04 News. Legen wir aber erstmal los mit dem Blick auf diese 90 Minuten. Wir haben Hannover 96 mit 3 zu 2 schlagen können und es war meiner Meinung nach auch ein Erfolg der Mannschaft des Willens. Denn selbst nach diesem 1 zu 1, was natürlich zu einem Zeitpunkt gefallen ist, wo du dachtest, Hannover ist jetzt besser drin im Spiel, die zweite Halbzeit ist gerade losgegangen, jetzt könnte es gefühlt auch wieder in die andere Richtung gehen, hat unsere Mannschaft wirklich gut reagiert und am Ende eben dann 3 zu 1 geführt und insgesamt 3 zu 2 gewinnen können. Was mir auch ganz gut gefallen hat, waren die ersten Minuten. Ich fand unsere Mannschaft kam ganz gut rein ins Spiel, war auch durchaus die ersten 10 Minuten ganz gut drin, hat dann aber auch wieder so ein bisschen den Faden verloren, um auch wirklich dann nach vorne gefährlich zu werden. Klar, wir haben dann noch vor der Pause das 1 zu 0 erzielt, aber ich fand auch dort war noch ordentlich Steigerungsbedarf auf jeden Fall gegeben. Das fand ich dann auch nach dem 1 zu 1 in Halbzeit 2 durchaus besser und am Ende konntest du eben dann diese 3 Punkte holen. Hätte ich im Vorhinein nicht so zwingend gedacht, also ich fand es wirklich gut, was wir dort gesehen haben, aber auch ich sehe es dann ähnlich wie zum Beispiel Karel Gerrads, der vor dem Spiel gesagt hat, er möchte keine Mannschaft sehen, die nach einer Pleite eine Woche lang trauert, sondern dann wirklich auch weitermacht. Auf der anderen Seite wird er eben auch keine Mannschaft sehen, die einen einzelnen Sieg jetzt eine Woche lang feiert und das wird es auch sicherlich nicht geben, denn ich glaube jeder weiß um die prekäre Situation, dass wir auch weiterhin im Abstiegskampf der 2. Bundesliga sind und es erstmal nur darum geht, die Klasse zu halten. Das klingt auch weiterhin als Bundesliga-Absteiger, der eigentlich aufsteigen wollte, komplett komisch, aber jetzt geht es erstmal darum, die nächsten Punkte zu sammeln und die nächsten Spiele mit beispielsweise Nürnberg nächste Woche Samstag wird eben auch nicht ganz so einfach. Nach dem Spiel haben sie natürlich auch nochmal einige zu dem Spiel geäußert, unter anderem auch unser Trainer Karel Gerrads. Ich bin sehr glücklich, da wir diesen Sieg gebraucht haben, denn vor dem Spiel lag viel Druck auf uns. Diesem haben wir standgehalten, gemeinsam mit unseren Fans, die uns fantastisch unterstützt haben. Es war ein enges Spiel mit nicht allzu vielen klaren Möglichkeiten. Wir haben aber in den passenden Momenten getroffen. Die Mannschaft hat vor allem nach dem 1 zu 1 die passende Antwort gegeben. Diese Reaktion des Teams hat mir sehr gut gefallen. Wir haben gekämpft, zusammen alles reingehauen und uns gegenseitig gepusht. Das macht mich stolz. Dieser Erfolg wird uns Energie für die kommenden Aufgaben geben. Die drei Punkte helfen uns dabei, an uns zu glauben. Sie geben uns zudem etwas Luft zum Atmen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass auch ein harter Weg vor uns liegt. Ich habe auch einige Dinge gesehen, an denen wir noch arbeiten müssen. Das werden wir gemeinsam machen. Und ich denke mal, das ist ja auch vollkommen klar. Natürlich gab es auch gestern einige Dinge, die man noch verbessern muss. Und einer, der aber natürlich auch durchaus überzeugend gespielt hat, war Lino Tempelmann. Und auch der hat sich logischerweise nach dem Spiel nochmal geäußert. Vor allem auch zu seinem Tor. Als ich den Ball von Assa Noyedraogo bekommen habe, war mir klar, dass ich nur eine Option habe. Schießen. Es war ein brutales Gefühl, vor der Nordkurve zu treffen. Zumal es ein sehr wichtiges Tor war. Das 1 zu 1 zuvor war ein kleiner Rückschlag. Aber wir haben die Köpfe nicht hängen lassen. Die Fans haben uns überragend unterstützt. Deshalb bin ich froh, dass wir alle gemeinsam in der Vildings Arena diesen Sieg geholt haben. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Aber ich war vor dem Anpfiff trotzdem nicht nervös, sondern eher positiv angespannt. Es war sehr wichtig, nach dem Spiel in Karlsruhe eine Reaktion zu zeigen. Ich hatte bereits in den ersten Sekunden das Gefühl, dass wir gewinnen werden. Dieser Sieg war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir weitermachen. Und ähnlich hat das auch Ralf Fährmann gesehen. Wir sind sehr froh, dass wir die drei Punkte eingefahren haben. Wir haben versucht, den Fans das zurückzugeben, was sie verlangt haben. Und zwar, dass wir kämpfen. Das ist uns gelungen. Wir haben eine sehr kämpferisch und eine von Leidenschaft besessene Mannschaft gesehen. Am Ende haben wir verdient gewonnen. Jedes Tor tat gut, da wir in den vergangenen Spielen nicht so oft getroffen haben. Ich denke, das hat man auch am Lautstärkepegel bei den Toren spüren können. Und ja, da hat Ralf Fährmann sicherlich recht. Das konnte man auf jeden Fall allein daran schon spüren. Und was wir Fans sicherlich auch gespürt haben, dass unsere Mannschaft, vor allem auch im Defensivverhalten, sich schon auch verbessert präsentiert hat. Klar, Hannover 96 hat vor allem auch über ihre linke Seite mit Derek Köhn immer und immer wieder gefährliche Angriffe drin gehabt. Aber es gab ja jetzt auch nicht die allzu vielen Großchancen, was ja auch Karel Gerrath schon gesagt hat, aber auch auf beiden Seiten. Was aber eben auch dafür spricht, dass unsere Abwehr ein Ticken besser funktioniert hat. Und Karel Gerrath hat es eben auch geschafft, die zumindest mal für dieses Spiel auch durchaus zu stabilisieren. Ganz interessant und das hat ja wirklich viele vor Anpfiff überrascht, dass Derry John Merkin als linker Innenverteidiger gespielt hat. Ich glaube, jeder von uns hat ihn dann in der Systematik entweder als linker Verteidiger oder als Schienenspieler erwartet, aber eben nicht als linker Innenverteidiger. Und das war schon wirklich überraschend. Zudem hat ja auch Henning Matriciani eine Chance als rechter Schienenspieler bekommen. Und zudem saßen ja dann auch noch Timo Baumgartl und Thomas Ovejan nur auf der Bank. Also Gerrath hat dort auf jeden Fall ordentlich durchgewürfelt, könnte man ja fast schon sagen, aber eben auch mit Erfolg. Denn vor allem Merkin hat es durch sein Tempo, durch seine Laufbereitschaft immer wieder geschafft, vor allem auch damit Marcin Kaminski zu helfen, der mir dadurch auch auf zentraler Position besser gefallen hat. Das lag aber eben auch daran, dass Merkin unglaublich viel für die Mannschaft gearbeitet hat, vor allem auch gegen Cedric Teuchert mit seinem Tempo überzeugen konnte und auch im Spiel mit dem Ball, mit seinem starken linken Fuß immer wieder richtig gute Elemente mit reingebracht hat. Und Karel Gerrath hat sich auch nochmal dazu geäußert, wie es dazu kam, Merkin auf diese Position zu ziehen. Derry ist ein Spieler mit viel Intensität in seinen Aktionen und bringt Überzeugung mit. Wenn ich mit ihm spreche, sehe ich das Feuer in seinen Augen. Genau das will ich von allen Spielern sehen. Und genau deswegen war sicherlich auch Gerrath davon überzeugt, dass er in dieser defensiveren Rolle als linker Innenverteidiger überzeugen kann. Klar, danach haben viele schon gesagt, mit diesen spielerischen Qualitäten wäre es vielleicht nochmal interessant, Merkin im zentralen Mittelfeld zu sehen, neben Schallenberg und Tempelmann. Ja, den Gedankengang kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber so wie Merkin gestern als linker Innenverteidiger gespielt hat, würde ich daran jetzt erstmal gar nichts ändern. Klar, es liegt natürlich auch immer so ein bisschen an dem Gegner. Was bringt er mit? Gestern war es eben mit Teuchert eine hängende Spitze dabei, der viel übers Tempo gekommen ist, wodurch eben auch Merkin sehr gut Überzeugung dazu drin hatte. In Sachen Stellungsspiel muss auch er natürlich dann auf dieser Position nochmal nachlegen. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch dann Spieler wie Henning Matriciani, der als rechter Schienenspieler schon auch seine Probleme hatte. Vor allem eben auch dann gegen Derek Köhn in den direkten Duellen. Aber Karel Gerrath hat das für sich nochmal eingeordnet. Köhn hat gut gespielt. Wir sind sehr glücklich über Hennings Leistung. Er hat uns viel Energie gegeben. Was ich am meisten mag, ist, dass wir ihn nicht alleine gelassen haben. Denn vor allem Tomasz Kalasz in der Zentrale oder eben auch dann Lino Tempelmann waren Spieler, die auch immer wieder mit auf diese rechte Seite gekommen sind, um Matriciani zu unterstützen. Und klar ist, ja, Henning Matriciani hatte auf jeden Fall Probleme auf dieser Position. Zum einen, weil er eben auch einfach kein rechter offensiver Verteidiger ist, um Schienenspieler spielen zu können, was einfach die Qualitäten im Ballbesitz angeht. Allein dort hat er natürlich schon große Probleme. Man wollte aber eben auch dort einen defensiv starken Spieler haben. Und in der Abwehr hat er immer gekämpft. Er hat alles reingeschmissen, aber auch vor dem 1 zu 1 einen großen Fehler gemacht. Auch das muss man sich hier nochmal dazu sagen. Aber ich finde es auch gut, dass Gerrath hier nicht einzelne Spieler kritisiert. Ganz interessant war auch dann nochmal das, was Kenan Karaman erzählt hat, warum vielleicht eben auch es gestern gegen Hannover wirklich gut funktioniert hat. Der Trainer hat uns minutiös vorbereitet und viele Gespräche geführt. Das war wichtig, denn es war keine einfache Woche für uns. Also auch in Sachen Spielvorbereitung hat anscheinend vieles ganz gut funktioniert. Eine Sache, der natürlich dann kurz vor Schluss nicht funktioniert, und das war dieses 3 zu 1 nach Hause zu bringen. Das hat unsere Mannschaft nicht geschafft, denn kurz vor Schluss gab es ja dann noch den Elfmeter für Hannover. Es gab den Anschlusstreffer zum 2 zu 3 und am Ende haben wir natürlich trotzdem gewinnen können. Aber auch dann finde ich es nochmal wichtig, über die Situation vor dem Elfmeter zu reden. Denn hätten wir zum Beispiel dann noch unentschieden gespielt, hieß es von allen Seiten, ja die Schalke beschweren sich jetzt nur, weil sie nicht gewonnen haben. Jetzt haben wir gewonnen und auch dann sollte man sich meiner Meinung nach über solche Szenen beschweren oder zumindest mal darüber diskutieren, was es damit auf sich hat. Denn Ralf Fährmann, 1,96 Meter groß, gegen Hannover Stürmer Andreas Vogelsammer, 1,77 Meter groß, ging er dann in das Luftduell rein, Box in den Ball weg, aber traf eben auch Andreas Vogelsammer. Der Schiedsrichter zeigt eben dann auch direkt auf den Elfmeterpunkt und da gab es ja durchaus Kritik. Also es regten sich viele Fans natürlich über die Situation auf, die Spiele auf dem Platz, natürlich aber auch die Verantwortlichen auf der Bank und für Gerrards war es zumindest mal aus der Emotion heraus kein Elfmeter. Er hat seine Aussage nachher nochmal so ein bisschen korrigiert. Für ihn war es eine 50-50-Sache, aber vor allem auch unsere Torhüter haben sich dazu mal geäußert. Denn Marius Müller, der aktuell verletzungsbedingt fehlt, der sagte gegenüber der Wads Frechheit, absolute Frechheit. Und auch unser dritter Torhüter, Michael Langer, hat es nochmal erklärt, für mich auf keinen Fall ein Elfmeter. Ralle kommt in vollem Lauf. Trifft auch noch den Ball. Es wäre etwas anderes gewesen, wenn er das nicht geschafft hätte. So trifft er aber den Ball. Es gibt, glaube ich, keinen Torhüter, der sagt Elfmeter. Und Ralf Fährmann selber, der hat dann auch nochmal die Szene beschrieben nach Abwipf und nochmal erklärt, warum es hier Elfmeter gegeben hat. Der Schiedsrichter hat zu mir gesagt, es gibt eine Regeländerung durch die Szene von Manuel Neuer gegen Gonzalo Higuain im WM-Finale 2014. Ich verstehe diese Regel, aber ich bin nicht mit dem Knie in den Rücken gesprungen. Dass wir in der Szene aufeinanderprallen, bleibt nicht aus. Und ich habe klar den Ball getroffen. Deshalb sage ich, das sieht hart aus, ist aus meiner Sicht aber kein Elfmeter. Ganz interessant fand ich auch nach dem Spiel, dass viele Noverana davon gesprochen haben. Das grenzt ja fast schon an Körperverletzungen, so wie Fährmann da reingesprungen ist. Er hätte eine schwere Rückenverletzung haben können. Am Ende sieht man aber solche Szenen halt immer und immer wieder. Auch ich fand nach Sichtung der Bilder, dass man schon sagen kann, okay, wenn er den gibt, dann ist das halt so, auch wenn es sehr, sehr hart ist. Fährmann sieht das aber auch nochmal einen Ticken anders. Für jeden Torwart heißt das, dass du nicht mehr rauskommen darfst, obwohl du das Gefühl hast, rauskommen zu müssen. Es ist nur dann etwas anderes, wenn du mit dem Knie in den Gegner springst. Und da konnte man auch ganz gut sehen, dass Fährmann seine Knie ja auch eigentlich sogar weggezogen hat. Am Ende ist aber auch das sicherlich jetzt unterm Strich erstmal egal, denn wir haben gewonnen. Jetzt gilt es daraus, die richtigen Schlüsse zu ziehen, sowohl die negativen Dinge anzusprechen, als auch die positiven Dinge mitzunehmen, um dann noch in den nächsten Wochen Punkte holen zu können. Denn es bleibt dabei, wir sind in einer schwierigen Situation, wir brauchen weitere Siege. Das gestern war sicherlich mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zum Spiel und diesen Themen in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf! An alle Schalker!